Ja, das mag ich am allerliebsten schon, Vorschusslorbeeren. Habt ihr noch gar nichts gehört? So, falls ich ein bisschen steif wirke heute und er auch ein bisschen steif gewirkt hat, das liegt nicht an uns, wir sind ganz lockere Typen, das liegt an ihm, weil er fehlt ein Tier und wir haben nur ein ganz kleines Fenster hier, in dem wir uns bewegen dürfen. Also, gucke ich mal, ich habe noch eine andere Option, da drüben darf ich auch hingehen? Also, ich werde dann mal die Position auch für euch wechseln. Gut, wie ist es so mit der Fitness, geistige Fitness gerade? Wer ist müde? Alle gut, alle ein Glas Wasser getrunken? Fantastisch, euer Körper wird es euch danken. Wer hat heute zwei Liter Wasser getrunken? Brav, 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 okay, die wenigsten machen das. Das wird auch ein Teil meines Vortrags sein, ein bisschen die Sensibilität für dieses wunderbare Element, das wir auf der Erde haben, wieder anzuheben, dass eben auch die Menge des getrunkenen Wassers, mal unabhängig von der Qualität, auch wieder ein bisschen nach oben geht. Wasser viel mehr als H2O, das ist ein, der Titel stammt nicht von mir, das ist ein fantastischer Titel von einem fantastischen Buch. Wer kennt das? Pollack? Bitte googeln, Amazon Pollack, Wasser viel mehr als H2O. Dicker Schinken, sehr schwierig, aber hochinformativ. Wir haben ihn heute so ein bisschen als Arbeitsthese genutzt, ich werde also nicht aus dem Buch zitieren, keine Angst. So tief wollen wir heute auch nicht gehen. Ich will auch ganz bewusst es sehr, sehr einfach halten und ganz schnell auf den Punkt kommen, damit ihr ein bisschen was mitnehmt. Das Thema Ernährung ist super komplex, auch sehr individuell und wir kommen nicht drum rum, wenn wir gesund leben wollen. Beim Wasser können wir es uns ein bisschen einfacher machen, aber es ist genauso wichtig wie die Ernährung selbst. Gut, starten wir mal. Wer kennt mich? Gut, bei dem Rest werden wir das ändern heute. Michael Kuri ist mein Name. Ganz simpel, ich bin Geschäftsführer von Eco Germany. Das ist ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, wasserstoffreiches Wasser unter die Menschen zu bringen. Nicht zum Selbstzweck, sondern weil es einfach ein cooles Thema ist und mein Ziel ist, dass ihr nach diesem Vortrag wisst, dass es ein spannendes Thema ist und dass es Sinn macht, deswegen auch ein Unternehmen zu gründen. Ich bin Experte für wasserstoffreiches Wasser. Es gibt schon ein paar auf der Welt, die meisten kommen aus dem asiatischen Bereich, eher Japan, Korea, China. Da wurde das Thema sehr stark forciert. Heute ein Alltagsprodukt in diesen Ländern. Dann ist es rübergeschwappt in die USA. Dort hat ein Unternehmen, nämlich Eco, in den USA das Ganze sehr erfolgreich auch vertrieben und sehr stark auch Informationen vertrieben. Und jetzt versuchen wir, den deutschsprachigen Raum zu erobern, beziehungsweise auch den Menschen mal das anzubieten. Denn es ist tatsächlich eines der vielversprechendsten Bewegungen, die es im Bereich Wasser in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren gab oder gibt. Das ist mein Vortrag. Kurze Vorstellung. Also das war sie noch nicht, sie kommt noch. Auch nicht zum Selbstzweck, sondern weil sie so ein bisschen in das Thema einleitet. Wir werden eine spannende Frage beantworten. Wie werden wir alle 120 Jahre alt? Du willst ja bei 85 schon aufhören. Für mich natürlich auch im Leben eine Arbeitsthese ist kein Geheimnis. Alle, die mich gut kennen, wissen, 120 ist mein Ziel. Aber da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich will natürlich nicht als gebrechlicher alter Mann irgendwie so ab 90 dann die letzten 30 Jahre ableben, sondern ich möchte sie genießen können. So, also hohes Ziel. Ich verspreche euch, ich werde euch die Frage beantworten. Wasser viel mehr als H2O-Arbeitsthese. Nochmal ein bisschen umschrieben, ein bisschen erklärt. Welche Rolle spielt Wasserstoff, also der molekulare Wasserstoff, H2 in unserem Körper? Welche Vorteile entstehen im Körper, wenn wir ihn einnehmen und zu uns nehmen? Und zum Schluss gerne ein paar Fragen von euch und vielleicht auch ein paar Antworten, je nachdem, ob ich sie beantworten kann oder nicht. Norbert, alles klar, bin ich im Licht? Perfekt. Gut, also Vorstellung. 43 Jahre werde ich alt. Manche sagen, ich sehe ein bisschen jünger aus. Ich hoffe ihr auch. Habe ich sehr genossen in der Schulzeit, fand ich ziemlich dämlich. Aber mittlerweile genieße ich das ganz gern. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich schon relativ früh angefangen habe, mich ein bisschen um mich zu kümmern. Aber meine Mutter war entscheidender dafür. Ich habe eine zuckersüße Tochter. Die Liebe meines Lebens. Auch ein großer Grund, warum ich heute hier stehe. Und warum ich mich quäle und sehr engagiere, um das kleine Mädchen auch schön groß zu ziehen. Und ihr viel zu bieten. Sie weiß, wie sie alles kriegt von mir. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Geheiratet habe ich auch. Ihr seht es an der Zahl. Es ist leider schief gegangen. Trotzdem bin ich stolz, dass ich das gemacht habe. Kann ich auch noch Ihnen empfehlen. Eine sehr gute Schule. Und ich hoffe, bei euch klappt es dann. Und jetzt gehen wir aber mal in den beruflichen Bereich rein. Ich bin so ungefähr 26 Jahre berufstätig. Ungefähr. Als Angestellter war ich 26 Jahre berufstätig. Ich habe ein paar Firmen gesehen. Kleine, große, mittlere. Interessante, weniger interessante. Und habe mich danach, nach den 26 Jahren, entschieden, selbstständig zu werden. Ich habe einige Firmen selbst gegründet. Drei davon stehen da. Eine habe ich mit begleitet. Habe also Erfahrung als Unternehmer gesammelt. Und da geht es schon in diesen Bereich Wasser und Gesundheit rein. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, 26 Jahre in einigen Unternehmen als Angestellter. Dann noch selbstständig mit vier Firmen. Da steht man relativ stark unter Strom. Und ich stand so ein bisschen vor der Wahl. Ob ich meine Leistung künstlich erzeuge. Oder ob ich meine Leistung auf natürliche Art und Weise erzeugen möchte in meinem Körper. Und ich habe mich glücklicherweise dafür entschieden, das Ganze auf natürlichem Weg zu machen. Aber ich kann euch versprechen, vielleicht geht es auch einigen von euch so. Das ist nicht so einfach, weil man wird eigentlich kaum aufgeklärt in dem Bereich. Wie man an einen schönen Gin Tonic kommt oder an eine Dose Red Bull, ist einfacher zu erfahren. Aber wie man sich tatsächlich gesundheitlich oder seinen Körper fit hält und leistungsfähig hält. Und die Natur im Auge behält oder die natürlichen Prozesse, das ist sehr schwierig. Bei mir waren es 13 Jahre mittlerweile, die ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das allererste Produkt, das mich auf diesen Weg gebracht hat, war Wasser. Also reines, klares Wasser. Und auch darum wird es heute gehen. Ich habe ja schon gesagt, die erste Frage, die ich euch beantworte, wie werde ich 120 Jahre? So will ich allerdings nicht aussehen. So auch nicht. Obwohl der wahrscheinlich ziemlich viel Spaß hat. Und das wäre ein schönes Bild für mich, so mit 120. Okay, mal gucken, ob es möglich ist. Kennt jemand Leute, die über 100 sind? Ich höre mit, wo ich gewohnt habe. Okay. Vermieterin, die ist erst 107 geworden. Sensationell. In den letzten Jahren von 100 bis 107? Happy gewesen, fit gewesen? Ja, auf jeden Fall sehr fit, vor allem im Geist. Genau, der Kopf macht das häufig. Und das ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Auch das habe ich schon erfahren können von Leuten, die sehr alt geworden sind. Die hatten einfach Lust zu leben. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt. Nicht nur das Wasser, um das es jetzt gehen wird, sondern einfach auch die Lust, dorthin zu kommen. Und ich habe Bock, vielleicht schaffe ich es. Ich werde euch informieren, ob ich es geschafft habe. Wer fehlt dann auch das? Genau. Natürlich. Ihr lauscht ja jetzt meinen Vortrag. Und hier ist die Antwort. Hier ist die Antwort für die Frage, wie ich 120 Jahre alt werde. Und sie ist kinderleicht, deswegen seht ihr auch so ein schön buntes, gezeichnetes Bild. Ich möchte es euch wirklich sehr, sehr leicht machen. Die Antwort besteht erstmal aus den vier Elementen, die uns tagtäglich umgeben. Erde, Wasser, Luft und Feuer oder Wärme, die wir gespendet bekommen. Das ist die Grundvoraussetzung für alle Lebensformen, die wir hier haben. Und das ist eine fantastische Basis. Dazu gehört ein natürlicher Drang, uns zu ernähren. Ist das bei irgendjemand nicht der Fall? Wir haben Lust zu essen. Und wir haben Lust, etwas zu uns zu nehmen, damit wir dieses Feuer, das wir in uns tragen, in irgendeiner Art und Weise auch leben können. Dann haben wir einen natürlichen Drang, zu schlafen. Ist das bei jemand gestört oder nicht vorhanden? Auch gut. Schlaf ist einer der zentralen Faktoren, um gesund zu bleiben. Wer hat das gewusst? Für viele, sehr schön, sehr schön. Für viele ist Schlaf total lästig, weil er in unserer Leistungsgesellschaft immer als sehr ineffektiv gilt. Also ich habe, als ich bei Daimler, ihr habt gesehen, dass ich für Daimler gearbeitet habe, als ich bei Daimler mit meinen Kolleginnen und Kollegen mich oft unterhalten habe, dann war derjenige der coolste und beste, der am wenigsten geschlafen hat. Ich kann euch versprechen, es waren aber auch die ersten, die in den Burnout gefallen sind. Aber es ist ein gesellschaftliches Thema, dass Schlaf eigentlich nicht so cool ist. Er ist aber für unseren Körper enorm wichtig. Und wir haben einen natürlichen Drang, uns zu regenerieren im Schlaf. Ein Thema könnte ich zwei Stunden darüber sprechen, heute aber Wasser. So, dann gibt es noch einen Faktor, nämlich Bewegung. Auch das ist natürlich in uns angelegt. Wenn es uns gut geht und wir gesund sind, dann haben wir Lust, uns zu bewegen. Sehe ich an Carlotta, meine kleine Maus, ihr habt sie gesehen. Ich kann die kaum bremsen. Die macht morgens die Augen auf. Papa, es geht los. Und dann ist die den ganzen Tag in Bewegung. Abends fällt sie tot ins Bett, aber sie ist den ganzen Tag in Bewegung, weil sie Lust hat. Und, und das ist auch sehr spannend, weil sie genügend Wasser in ihrem Körper hat. Wer weiß, wie viel Wasser oder aus wie viel Prozent Wasser unser Körper besteht? Schätzung? Circa 70. Circa 70. 90. 70 Prozent. Ein neugeborenes Kind hat 70 Prozent Wasser. Anteil. Leider, ihr Lieben, nimmt es mit den Jahren ziemlich ab. Und je weniger Wasser wir im Körper haben, desto weniger Energie haben wir im Körper. Also unser Potenzial, Leistung zu bringen, hängt direkt zusammen mit dem Anteil des Wassers in unserem Körper. Was glaubt ihr, was jemand, der sich einigermaßen gesund ernährt und ein bisschen was auf Wasser achtet, was der für ein, so in meinem Alter mit 43, für einen Körperanteil Wasser hat? 65. Das sind die Guten, kann ich euch versprechen? 50 bis 60. Zwischen 50 und 60, die meisten tendieren in den Bereich 50 rein. Ältere Leute tendieren teilweise, gehen unter 50. Und dann wird es schon sehr, sehr kritisch. Und das merkt man auch, wenn die Leute die Lust verlieren zu trinken oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen, dann ist es auch meistens schon so weit, dass langsam der Körper dann auch Konzentration abbaut und vielleicht auch die Merkfähigkeit abnimmt. Wasser ist ein zentraler Punkt für unseren Körper, lebendig zu sein. Ist Fanta gleich Wasser? Ist Bier gleich Wasser? Ein Bier ist aber eine Menge Wasser drin. Wein? Überall Wasser drin. Wasser ist Wasser. Natürlich sind viele Flüssigkeiten, die wir zu uns nehmen und die mir auch sehr lecker schmecken, sind mit einem hohen Anteil von Wasser ausgestattet. Aber der Körper muss sehr, sehr viel Arbeit aufwenden, um an das gute Wasser zu kommen. Er muss nämlich erstmal diese ganzen anderen Stoffe verarbeiten. Wenn wir Alkohol trinken, was ich auch ganz gerne mal mache, dann ist Alkohol ein Gift für den Körper, muss er abarbeiten. Das heißt also, an dieses kostbare Wasser zu kommen, ist für den Körper gar nicht so einfach. Deswegen, wenn wir davon reden, zwei Liter zu trinken am Tag, dann? Was trinken wir dann? Wasser. Wasser, sehr gut. Am besten klares Wasser. Okay? Also, das ist die Formel, 120 Jahre alt zu werden. Sofern Erde, Luft, Wasser, Feuer, Schlaf, Ernährung und Bewegung möglichst natürlich stattfinden. Was die Elemente angehen, könnten wir sagen, okay, haben wir nicht so richtig im Griff, aber wir sind leider in der Lage, die auch schon zu beeinflussen, zumindest mal in einem gewissen Maß. Das heißt, die Natur hat es schon schwierig, natürlich zu sein in unserer Umgebung. Und wie sieht es aus, wenn wir nach Hause gehen oder wenn wir in unserem Büro sind? Wie sind unsere Wohn- und Arbeitsumfeld? Wie ist das gestaltet? Natürlich oder eher unnatürlich? Doofe Frage. Wir entwickeln uns weg von einem natürlichen Umfeld. Und das betrifft natürlich die Luft, das betrifft das Licht, das betrifft auch die Stoffe, die in der Luft sind, also die Verunreinigung. Und wir haben leider das Problem, dass unser Körper sich hervorragend anpassen kann an bestimmte Bereiche. Allerdings hat es seine Grenzen. Und die Grenzen merken wir gesellschaftlich sehr, sehr deutlich, weil viele Menschen einfach sich nur noch in künstlichen Räumen aufhalten. Das Gleiche bei der Ernährung, haben wir gerade ganz viel davon gehört. Viele Leute nehmen degenerierte Nahrung zu sich. Die ist so oft verarbeitet und verändert und was auch immer, dass von der Natur wahrscheinlich relativ wenig übrig bleibt. Kannst du bestätigen. Also das heißt, auch da wird die Nahrung weniger wertvoll. Schlaf, gleiches Thema, Bewegung. Wenige Leute sind tatsächlich in Bewegung. Ich habe mir einen Schreibtisch geleistet für mein Büro, bei dem ich aufstehen kann. Und ihr werdet nicht glauben, wie viel das bringt. Nicht sitzen, sondern stehen. Nur vielleicht drei, vier Mal am Tag ein Ding hochfahren, zehn Minuten stehen, genial. Hat aber nicht viel mit Bewegung zu tun, weißt du auch. Aber es ist ein Anfang. Okay. Wasser viel mehr als H2O. Der Pollack hat herausgefunden, dass Wasser sehr geheimnisvoll ist. Aber gucken wir uns mal auf die alltäglichen, oder gucken wir mal die alltäglichen Dinge an. Wasser ist erstmal ein Lebensmittel. Richtig? Brauchen wir. Ich habe es vorhin erklärt. Der Körper besteht zum Großteil aus Wasser. Alle Organe haben Wasser. Unser Gehirn hat einen riesen Wasseranteil. Unsere Zellen benötigen Wasser. Wir brauchen Wasser, um zu leben. Das ist mal eine Aufgabe, die ich schon mal ziemlich bedeutend finde. Also schon allein dafür brauchen wir Wasser. Wasser ist das beste Lösungsmittel, das es gibt auf der Welt. Wer kann das einordnen einigermaßen? Was ich weiß, was ich meine? Vielleicht, wenn man Medikamente nimmt, das hilft, das auch so eine dazu. Wenn man so im medizinischen Bereich ist, braucht der Körper schon ein bisschen Wasser, um überhaupt irgendwelche Stoffe im Körper zu verteilen. Also Wasser ist auch ein hervorragendes Transportmittel, selbstverständlich im Körper. Aber das Lösungsmittel ist einfach. Wenn ich meine Fenster zu Hause reinigen möchte, was nehme ich? Grünen Tee oder Wasser? Genau. Also lieber ein bisschen Wasser. Je klarer, auch sehr spannend, je klarer das Wasser ist, also je weniger Inhaltsstoffe, desto höher ist die Lösungsfähigkeit von Wasser. Das bedeutet, mit einem destillierten Wasser eine Scheibe zu putzen, braucht sehr wenig an Seife oder an Reinigungsmitteln. Wenn ich ein sehr mineralienreiches Wasser habe oder schon ein verschmutztes Wasser, brauche ich einfach mehr Lösungsmittel, damit das Wasser im Prinzip seine Fähigkeit behalten kann. Also je reiner das Wasser, desto höher ist die Lösungsfähigkeit. Was glaubt ihr, was Wasser im Körper auch macht, wenn ihr es trinkt? Es reinigt uns. Ganz klar, das heißt, wir putzen uns von innen mit Wasser. Es ist für uns total einfach zu sagen, wir gehen morgens duschen. Da ist uns klar, dass uns das Wasser reinigt. Aber wenn wir trinken, passiert es eben auch von innen. Und auch diese einfache Idee sollte man mitnehmen. Wasser ist nicht nur etwas, um meinen Durst zu löschen, sondern Wasser ist auch etwas, um mich zu reinigen von Giftstoffen, von Schlacken, die ich im Körper habe. Also, super Lösungsmittel. Wasser ist ein Informationsträger. Oje, 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 jetzt wird es spannend. Wer weiß das? Kann man in Wasser Informationen speichern? Was sagt, ihr nickt, was sagt die Wissenschaft? Ja, natürlich. Haben wir schon mal gehört, ne? Ja. Das einfachste Beispiel seht ihr hier. Das ist ein Wasserkristall, eine Schneeflocke. Und diese Schneeflocke hat eine Form angenommen. Gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das zeigt, dass Wasser eine Struktur annehmen kann und damit eine Information schon mal speichert. Und das ist so die einfachste Art. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass man, oder die als Theorie aufgestellt haben, dass man in einem Tropfen Wasser die Datenmengen von mehreren Millionen Terabyte Festplatten speichern könnte. In einem Tropfen Wasser, sofern man es beherrschen würde, die Struktur dauerhaft aufrechtzuerhalten. Also, da geht es schon ein bisschen in das Geheimnisvolle. Wasser ist Energieträger. Wir brauchen ja Strom, das ist ein funktionierender Keller und Wasser ist auch dafür zuständig. Absolut, auch. Mit Wasser können wir Energie produzieren. Es gibt diese Wasserwerke, hat man früher gemacht, macht man heute auch im größeren Stil. Wasser birgt, oder die Bewegung auch in Wasser birgt, enorme Möglichkeiten einer Energie zu kommen. Und in Wasser ist auch Wasserstoff enthalten. Das gucken wir uns an. Und Wasserstoff hat eine dreimal höhere Energiedichte als Benzin. Wer hat das gewusst? Sehr schön. Das ist auch der Grund, warum die Industrie so scharf auf Wasserstoff ist. Eher als Energieträger als gesundheitlicher Faktor. Also, die interessieren sich eher für die Sachen, die Boom machen oder irgendwas in die Bewegung bringen. Und wir interessieren uns aber heute für die gesundheitlichen Aspekte, das kann ich euch versprechen. Okay, gehen wir nochmal in das Geheimnisvolle. Auch das ist eigentlich Alltag. Das ist aber unfassbar interessant, weil Wasser kann flüssig sein, kann was noch sein? Gasförmig und fest. Wenn es fest ist, was macht Wasser? Es dehnt sich aus. Der einzige Stoff, den es gibt auf der Erde, der sich ausdehnt, wenn er kalt wird. Immer noch ein großes Rätsel für viele Wissenschaftler. Für mich auch. Glücklicherweise kein Wissenschaftler. Aber sehr, sehr geheimnisvoll. Jetzt kommt noch was Geheimnisvolles, wahrscheinlich eine neue Info für euch. Wasser kann eine gelartige Form annehmen. Man nennt das die vierte Phase von Wasser. Wird gerade erforscht, anscheinend bei den Phasenübergängen zu anderen Stoffen. Und das passiert auch in der Zelle, in unserem Körper. Aber ist Wasser in der Lage, eine vierte Form anzunehmen, die weder flüssig, noch gasförmig, noch fest ist, sondern eher so gelartig. Wird gerade sehr, sehr heiß erforscht. Im Gletscherbereich kann man das auch beobachten. Also an den Stellen, an denen die Gletscher sich bewegen, gibt es eben auch diese Phasenbildung, diese vierte Phasenbildung von Wasser. Hochspannend. Ich würde mal vermuten, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, noch ganz viel über das Thema Wasser hören. und ein paar Geheimnisse vielleicht lüften können. Wasser viel mehr als H2O bräuchte, muss ich nur dazu sagen, ist definitiv der Phasen, oder? Gut. Also, welche Rolle spielt Wasserstoff in unserem Körper? Ich bin kein Biochemiker, ich glaube, hier sitzt auch keiner da, oder? Irgendjemand, chemischen Hintergrund? Okay. Ich mache es genau so, wie ich es verstanden habe für euch, weil ich mir sicher bin, dass ihr es auch versteht. Dass Wasser H2O ist, haben wir alle in der Schule gelernt, dass H und O zwei Atome sind, das eine ist Wasserstoff, das andere Sauerstoff, kennen wir auch. Die zwei bedeutet nur, dass zwei Atome vorhanden sind, also ein molekularer Wasserstoff hier existiert. Also, wir teilen es mal auf, zwei Wasserstoffatome und Sauerstoff. Wir haben also Sauerstoff. Für uns super easy, weil, das wissen wir, wir atmen den den ganzen Tag ein, Sauerstoff. Sehr normal für uns geworden. Molekularer Wasserstoff ist im Wasser enthalten als Molekül. Wenn man beides trennt, ist beides gasförmig. Also molekularer Wasserstoff ist ein Gas und Sauerstoff ist auch ein Gas. Nur in der Verbindung, und das ist auch schon ein Wunder eigentlich, wenn diese zwei Stoffe zusammenkommen und sich zu einem Molekül verschmelzen, entsteht da draußen eine Flüssigkeit, abgefahren. Ist aber Wasser dann hinterher. Okay, gehen wir mal in den Bereich Sauerstoff rein. Das ist für uns super normal, wir atmen den ein. Aber was ist mit Wasserstoff in unserem Körper? Existiert in unserem Körper Wasserstoff auf natürliche Art und Weise? Wenn ein Baby zur Welt kommt. Jetzt bei euch, in eurem Körper, existiert Wasserstoff? Ja oder nein, wer weiß das? Macht nichts. Ich habe es auch nicht gewusst, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Für uns ist es total normal, dass wir Sauerstoff brauchen, weil wir den einatmen. Aber in unserem Körper ist es auch vollkommen normal, dass Wasserstoff existiert. Wasserstoff wird in unserem Darm produziert. Vorausgesetzt, die Darmflora ist in Ordnung. Und vorausgesetzt, ihr habt eine ballaststoffreiche Ernährung, produziert euer Darm jeden Tag mehr als 10 Liter Wasserstoffgas. Ich habe es nicht gewusst vorher. Aber es ist tatsächlich jeden Tag in meinem Darm passiert, mehr oder weniger. Okay, jetzt ist ja die Frage, warum. Wen interessiert es? Mich? Ihr habt keine Chance. Ihr müsst zuhören. Also, es muss einen Grund geben, warum der Körper sowohl Sauerstoff als auch Wasserstoff produziert. Und hier gebe ich ja schon mal so einen leichten Peak in diese Richtung. Es muss was mit Säure und Base in unserem Körper zu tun haben. Und das ist sehr leicht erklärt, versteht jeder, der hier sitzt. Sauerstoff ist im Körper das stärkste Oxidationsmittel. Wasserstoff ist im Körper das stärkste Reduktionsmittel. Ich habe also auf der einen Seite Sauerstoff, Sauer, auf der anderen Seite Wasserstoff, Base. Oder zumindest mal hängt es miteinander zusammen. Und diese beiden Gegenspieler gibt es in unserem Körper. Aber warum deswegen? Homöostase. Wer den Begriff schon gehört? Erkläre ich ganz einfach. Unser Körper hat große Lust auf Homöostase. Und Homöostase ist nichts anderes als dieses coole, ausgeglichene Sen-Gefühl. Also, alles ist im Ausgleich. Von dem einen habe ich das und von dem anderen habe ich das. Und wenn die Waage stimmt und keins hat mehr oder weniger, dann ist unser Körper glücklich. Das ist Homöostase. Also eine Selbstregulation des Körpers. Und die Homöostase hält der Körper im Bereich des Säurebasenhaushalts mithilfe von Sauerstoff und Wasserstoff aufrecht. Wenn also genügend Sauerstoff und genügend Wasserstoff im Körper vorhanden ist, hat der Körper es leicht, diesen Säurebasenhaushalt zu regulieren. Verstanden? Super easy. Oder? Ihr werdet nie wieder vergessen, dass in eurem Darm Wasserstoff produziert wird. Wenn jetzt, und das passiert häufig, Sauerstoffverbindungen oder der Gegenspieler zum Sauerstoff fehlt, steigen die Sauerstoff- oder die aggressiven Sauerstoffverbindungen im Körper an. Man nennt das oxidativen Stress. Den Begriff haben wir vorhin schon mal erwähnt. Wer kannte den vorher schon? Also das ist so ein bisschen, das kennen wir. Oxidativer Stress ist einer der Killer überhaupt der Neuzeit. Ich sage auch gleich nachher warum. Aber jetzt für das Verständnis. Zu viel Sauerstoffverbindung, erhöhter oxidativer Stress. Zu wenig Wasserstoffgas im Körper, Problem. So. Säurebasenhaushalt. Jeder hat vielleicht schon mal gehört, dass das Blut in unserem Körper einen bestimmten pH-Wert hat. Hier steht die Range 7,3 bis 7,45. Der Körper muss diesen Wert behalten, sonst tot. Geht ganz schnell. Nahezu alle Organe haben unterschiedliche pH-Werte. Das bedeutet, der Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Säurebasenhaushalt in Gleichgewicht zu halten. Wenn er Wasserstoff und Sauerstoff genügend zur Verfügung hat, kein Problem, muss er keine Sonderprogramme laufen lassen. Wenn zu wenig Wasserstoff im Körper vorhanden ist, fängt er an, den basischen Anteil im Körper anders zu regulieren. Und jetzt, das wissen vielleicht nicht alle, man kann Wasser basisch machen, indem man Mineralien zuführt. Korrekt? Also Leute, die sich mit Wasser beschäftigen, wissen das schon. Sie nicken. Wasser etwas basischer machen, bedeutet Mineralien zuführen. Wenn der Körper allerdings von außen keine Mineralien bekommt oder keinen Wasserstoff, wo holt er sich, glaubt ihr, die Mineralien her, um das Säurebasenverhältnis aufrechtzuerhalten? Wo stecken Mineralien in euren Körper? In unserer Knochenstruktur. Genau, in unserer Knochenstruktur. Und das ist das Gefährliche. Hoher oxidativer Stress führt dazu, dass der Körper ein Sonderprogramm fährt, um diesen Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, er geht an die Struktur, an die Körperstruktur und holt sich dort die Mineralien raus, um dieses Ding auszugleichen. Und das kann, wenn man das dauerhaft betreibt, zu Problemen führen, Osteoporose, andere Krankheiten, die einfach einen Mineralienschwund im Körper als Grundlage hat. Aber, beginnen tut alles mit oxidativen Stress. Deswegen wollen wir uns das ein bisschen näher angucken. Soweit konnten wir alle folgen? Noch wach? Okay, oxidativer Stress entsteht eigentlich überall. Hier sind mal so ein paar Highlights. Also Ozonbelastung, die auf unseren Körper trifft, hängt zusammen mit Strahlenbelastung im Allgemeinen. Zu viel UV-Strahlen, atomare Strahlung, Strahlung, die vielleicht aus dem Weltraum zu uns kommt, die uns beim Fliegen, bei Langstreckenflügen betrifft. Strahlung, die in unserem Zuhause und in unseren Arbeitsplätzen auf uns wartet, in Form von fantastischen WLAN-Routern, die immer schneller werden und immer leistungsfähiger. Das nette iPhone, das ich auch habe. Das alles um uns rum strahlt. Alles erzeugt oxidativen Stress. Warum? Oxidativer Stress ist letztendlich nichts anderes als ein Ergebnis von Stoffwechselvorgängen. Das heißt, der Körper, wenn er, ich sage mal, angeregt wird, zu regulieren oder etwas auszugleichen, erhöht den Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel hat Abfallprodukte. Ein Abfallprodukt vom Stoffwechsel sind freie Radikale. Und hier sind wir beim oxidativen Stress. Natürlich auch Ernährung erzeugt genauso Stress im Körper, erhöht den Stoffwechsel. Chemische Oxidantien, also alles, was wir chemisch zu uns nehmen, Luftverschmutzung, Rauchen, leider auch zu viel Sport, das weißt du wahrscheinlich sehr genau als Sportler, durch Sport kann ich meinen oxidativen Stress im Körper erhöhen. Korrekt? Jede Reizung im Körper führt zu oxidativen Stress und dann bei den Sportlern meistens im Wissensbereich verankert zu Entzündungen. Das ist eigentlich bei den Sportlern immer das Thema, wie kann ich die Entzündung relativ schnell wieder heilen oder regenerieren. Okay, oxidativer Stress kann ich euch sagen, wartet überall, auch im psychischen Bereich. Wenn jemand Stress in der Familie hat, in der Beziehung, im Geschäft oder sonst irgendwo, Stress mit Geld, oxidativer Stress im Körper. So, der Bedarf an Wasserstoff ist enorm mittlerweile in unserer Gesellschaft, enorm. Unser Körper kommt kaum hinterher. Wenn der Darm in Ordnung wäre, würde er es schaffen. Wie viele Leute kennt ihr, wo der Darm nicht in Ordnung ist? Ganz viele, schätze ich, braucht keine Antwort. Das ist so ein bisschen die Volkskrankheit. Darmflora, Ernährung, nicht bewusst, ich muss es lernen, ich habe es nicht drauf, Stress dauernd, irgendwie, der Darm ist immer angegriffen. So, der Körper kommt gar nicht mehr so schnell hinterher, das wieder auszugleichen und die Produktion von Wasserstoff im Darm wird auch reduziert. Gleichzeitig das Thema Ballaststoffe, also wenn er vorhin gesagt hat, esst Ballaststoffe, dann hat das was ganz damit zu tun. Ihr müsst Ballaststoffe essen, damit überhaupt eine natürliche Produktion von Wasserstoff im Gas reguliert werden kann. Okay, Freiradikale sind aggressive Sauerstoffverbindungen. Die bösen Jungs bei den freien Radikalen, also die mit dem tätowierten Totenkopf auf dem Arm, das sind die Hydroxylradikale. Es gibt noch unglaublich viele andere Wasserstoffverbindungen im Körper, Freiradikale, die weniger aggressiv sind, aber die, und das wissen viele nicht, die trotzdem benötigt werden. Aber die Jungs hier, die gilt es zu bekämpfen. Merkt euch das? Hydroxylradikale. Oha, ein Sauerstoffatom, ein Wasserstoffatom, böse Jungs. So, jetzt ist es spannend. Und jetzt kommt es zum Thema Wissenschaft. Und das hat die Jungs, die Wissenschaftler, sehr, sehr hellhörig gemacht. Trifft Wasserstoff, also molekularer Wasserstoff, auf diese Hydroxylradikale, die bösen Jungs, verbinden sie sich dauerhaft zu Wasser, H2O, zu harmlosem Wasser. Formel steht hier unten, molekularer Wasserstoff plus zwei von den bösen Jungs ergibt zwei Wassermoleküle. In der Zelle. Abgefahren? Total abgefahren, weil es ist kein Medikamentwasserstoff, das ich zu mir nehme, sondern das passiert den ganzen Tag im Körper. Wasserstoff hat eine gewisse Intelligenz anscheinend, weil es sich, und das ist das Spannende, nur diese Jungs schnappt. Wenn wir über Radikalfinger sprechen, zum Beispiel in der Ernährung, also hochdosiertes Vitamin C oder andere Radikalfinger, dann ist das ein ganz anderer Weg. Dort hat es etwas mit Elektronen zu tun, die ausgeglichen werden. Ein Elektronenmangel im Körper wird ausgeglichen durch die Antioxidantienradikalfänger. Das ist aber eher wie eine Schrotflinte. Und leider ist es so, dass es auch die nützlichen freien Radikale, die es im Körper gibt, genauso neutralisiert. Wasserstoff ist anders. Wasserstoff weiß, wo sitzen die bösen Jungs, dort gehe ich hin, mache sie zu harmlosem Wasser. Wieso habe ich das nicht gewusst? Axel Zucken, normalerweise müsste doch die Wissenschaft voll sein mit irgendwelchen Infos dazu, oder? Weil das ist ja wirklich ein Highlight, wenn ich mich für Gesundheit interessiere und ich weiß, dass das so eine Power hat, Wasserstoff, also oxidativen Stress im Körper zu regulieren über dieses einfache Molekül Wasserstoff, dann muss ich doch Amok laufen und sagen, wo kriege ich hier mehr Informationen? Kennt jemand die wissenschaftliche Lage zum Thema Wasserstoff? Beeindruckend. Deswegen habe ich sie für euch mitgebracht. Die Geschichte ist uralt. Wirklich. Richtig alter Hut. 1789 ging das los. Da hat ein gewisser Antoine Laurent, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lavoisier, gesagt, Moment mal, Wasser besteht, ist nicht nur Wasser, besteht ja aus zwei Molekülen. Also Wasserstoff und Sauerstoff. War damals ein absolut heißes Thema. Revolution. Moment mal, Wasser ist nicht nur Wasser, sondern das kann man irgendwie aufteilen. Dann ging es ein bisschen weiter. Etwa um 1800 gab es zwei Jungs, Johann Wilhelm Ritter und Anthony Carlyle, die schon damals über die Elektrolyse versucht haben, Wasserstoff zu gewinnen, also Wasserstoff, Gas zu gewinnen. Und ich habe es extra unten in Klammer geschrieben. Da ging es eher um die Energiegewinnung, also Brennstoffzelle, Brennstoffzelle, wie kann ich davon vielleicht eine schöne Bombe bauen? Das hat die Jungs mehr interessiert, als die Vorteile, die im Körper entstehen. Ich werde oft gefragt, warum hat das so ewig gedauert, bis man sich damit auseinandergesetzt hat? Ja, so ist der Mensch. Manchmal ist die Gesundheit des Menschen weniger wichtig, als die nächste Eroberung irgendeines Landes. Subjektive Meinung von mir, nirgendwo dokumentiert, gibt keine Studienarbeit darüber, aber meine Meinung. Okay, dann war sehr, sehr lange Ruhe um das Thema. Es ging natürlich im Hintergrund immer ein bisschen weiter und 2007 hat es einen Schlag gelassen. Das war wirklich beeindruckend. Es kam eine Studie raus, die in Japan erstellt wurde und die wurde in Amerika in einem sehr renommierten Wissenschaftsmagazin veröffentlicht. In der Nature Medicine, wer kennt das Magazin? Das ist wirklich, wenn du es kennst, der Artikel, wenn ein Wissenschaftler, ein Doktor, ein Mediziner oder was auch immer, eine Zeitschrift liest, ein Magazin liest, weil er was über seinen Beruf wissen will, guckt er da rein. Nature Medicine. So, ich gehe gleich auf die Studie ein. Aber diese Studie hat dazu geführt, dass, hier gab es so etwa 50, 60 Studien zum Thema Wasserstoff, dass innerhalb von mittlerweile elf Jahren, zehn, elf Jahren, etwa 700 Studien in diesem Bereich entstanden sind. Die therapeutische Wirksamkeit von Wasserstoff im Körper wurde hundertfach nachgewiesen, dokumentiert, beschrieben, in menschlichen Versuchen, in Tierversuchen. Mittlerweile weiß man, dass etwa 170 Krankheitsbilder, die sich mit dem Thema Wasserstoff oder Zuführung von wasserstoffreichem Wasser oder Einatmen von Wasserstoffgasen oder intravenöse Zuführung von Wasserstoffwasser wirklich therapeutisch wirksam nachweisen lassen. Wer hat das von seinem Onkel Doktor schon gehört? Ich noch nicht. Aber wir sind auch in der Selbstverantwortung. Ich nehme ihm das nicht übel, weil das hat auch etwas, ich komme heute an die Infos ran, wenn ich möchte. Alle Studien, zeige ich euch auch nachher, sind öffentlich zugänglich. Manche leider nur, wenn man des Englischen mächtig ist oder des Japanischen sind die wenigsten von uns. Ich zeige euch aber nachher eine schöne Sache, die wir dann für euch machen. Also, das finde ich beeindruckend. Wer findet das noch beeindruckend? Also, ich finde es beeindruckend. Sehr gut. Ihr auch. Kurzer Ausblick auf diese Studie. Das ist hier, dieser Bursche, 2007, Nature Medicine. Die Studie wurde in Japan in der Nippon Medical School erstellt und der Titel dieser Studie war, Wasserstoff wirkt als therapeutisches Antioxidant durch selektive Reduktion zellschädigender Sauerstoffradikale. Die bösen Jungs, wie sahen die aus vorhin? Abfragen? Welche Verbindung? Oha. Das sind die Jungs mit dem Totenkopf. Okay? Interessanterweise, und deswegen war die Wissenschaft so in Aufruhr, hat man festgestellt, dass Wasserstoff ein selektives Antioxidant ist. Also, dass es sich die bösen Jungs aussucht und nicht einfach wie eine Schrotflinte durch die Gegend läuft und alles neutralisiert, was da ein Elektron zu wenig hat. Okay? Also, das ist das extrem Spannende. Hier nochmal der Hinweis. Freiradikale im Körper benötigt der Körper für die Apoptose. Kennt jemand den Begriff? Merken bitte. Das ist ein blöder Begriff, aber er ist merken. Ihr solltet euch ihn merken. Apoptose ist das Selbstmordprogramm eurer Zellen. Warum sollten eure Zellen ein Selbstmordprogramm haben? Wenn sie nicht mehr schädigt sind. Ganz genau. Innerhalb von sieben Jahren ist euer Körper einmal komplett umgedreht. Jede Zelle hat sich erneuert. Wenn unsere Zellen so faul wären und nicht in der Verfassung wären, sich auch selbst zu zerstören, dann hätten wir diese Zellerneuerung nicht. Dann wären wir tote Zellhaufen, die irgendwie komisch durch die Gegend laufen. Also das ist ein Programm, das unser Körper kennt und das wichtig ist. Nennt sich Apoptose und dafür braucht der Körper freie Radikale. Wenn ich also anfange, alle freien Radikale zu bekämpfen, Problem. Okay? Also, diese selektive Antioxidanz oder selektiv zu sein, ist für die Wissenschaftler und für die Mediziner total wichtig gewesen. Und ich sage, okay, da lohnt es sich mal, genauer hinzugucken. Weil kein Mensch kann sich vorstellen, dass ein Wasserstoffatom irgendeine Intelligenz hat. So, aber hat es anscheinend. Sehr spannend auch, eine Studie aus der Pharma. Also ich spreche ja gerade über, sagen wir mal, man könnte sagen so Naturheilkunde, was ja bei der Pharma sehr verschrien ist. Das wollen die ja nicht, Natur, die heilt nicht, sondern mein Medikament XY heilt viel besser. Aber hier war sogar die Pharmaindustrie interessierter dran. Die haben eine Krebsstudie gemacht und zwar der Hersteller eines Medikaments, das heißt 5-Fluororazil. Das ist eigentlich das wichtigste Krebsmedikament, das bei der Chemotherapie bei Darmkrebs eingesetzt wird. Diese Jungs haben wasserstoffreiches Wasser in ihrer Krebstherapie zugeführt und haben festgestellt, dass der Körper viel effizienter mit dem Chemomedikament umgeht, das heißt die Behandlungszeiten waren kürzer, die Reduzierung der Tumorbereiche wurde verschnellert, also beschleunigt und auch die Regenerationsfähigkeit des Körpers ist gestiegen. Und ein Hinweis da drauf ist anscheinend das Thema, dass die Apoptose etwas ist, was die Zelle wieder lernt, wenn Wasserstoff zugeführt ist. Also auch das ist ein sehr, sehr spannendes Element beim Wasserstoff. Wasserstoff kann der Zelle wieder beibringen, sich selbst zu zerstören, weil beim Krebs hat die Zelle das verlernt, die Zelle ist sehr krank, die ist eigentlich kaputt, aber macht sich nicht kaputt, das heißt die wuchert, sie hat also das Programm, das sie eigentlich mit sich rumträgt, das Selbstzerstörung verlernt. Und Wasserstoff bringt ihr das wieder bei. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Pharmaindustrie gegen Wasserstoff irgendwas einzuwenden hat, ist sehr gering, weil es erstens mal natürlich in unserem Körper vorkommt und kein Medikament ist und weil es sogar für ihre eigenen Medikamente viele Vorteile bringt. Puh, ein ganz schöner Klopfer. Wer kann noch? Weiter, 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 mehr, mehr Wissenschaft. Ich habe mehr, aber ich schwöre euch, wenn ihr euch nicht wochenlang damit auseinandersetzt, dann könnt ihr nicht alle Studien lesen. Wir haben uns die Mühe gemacht, weil wir selber daran natürlich interessiert sind, wir wollen ja Produkte auch auf den Markt bringen, die eine Wirksamkeit haben. Also haben wir uns die Studien selber angeguckt und haben für uns ein paar rausgefunden, die aus unserer Sicht sehr wichtig sind für unsere Art oder für unseren Wunsch natürlich gesund zu bleiben. Die haben wir gesammelt, ihr könnt sie gerne auf unserer Website euch anschauen, gibt einen Bereich, ihr könnt es leider jetzt ganz schlecht lesen, glaube ich, wir machen mal moderne Technik. Mehr zu ECO und H2, das ist der Link hier oben und dann kommt ihr hier in diesen Bereich und da könnt ihr euch ein E-Book runterladen, ihr könnt die wissenschaftlichen Studien angucken oder andere Fragen und Antworten zu dem Thema. Aber ich versuche es euch mal vorzulesen. Es gibt Bereiche oder Studien im Bereich der antioxidativen Wirkung von Wasserstoff. Sehr spannend, äußerst spannend. Dann gibt es Bereiche aus den Krankheitsbildern, Schizophrenie, Diabetes Typ 2, Darmkrebs, Autismus, Alzheimer, Parkinson. Es gibt den Hinweis, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass wir eine Leistungsförderung, eine Leistungssteigerung sowohl kognitiv als auch physisch erreichen können durch Wasserstoff. Es ist unfassbar, wie breit die Vorteile und die Wirkung von Wasserstoff sind im Körper. Und da wir ein Defizit von Wasserstoff aufbauen durch diesen erhöhten oxidativen Stress, macht es einfach Sinn zu gucken, wo sind noch Quellen für Wasserstoff, wie bekomme ich Wasserstoff in den Körper. Das ist unsere Aufgabe. Aber als allererstes geht es um Aufklärung, weil so wie es euch ging vorhin, die wenigsten wissen, dass Wasserstoff überhaupt in ihrem Körper ist. Die wissen eher Bescheid, dass es irgendwann mal Brennstoffzellenfahrzeuge gibt oder irgendwelche Wasserstoffantriebe bei irgendwelchen Raketen, aber haben keine Ahnung davon, dass ihr Darm Wasserstoff produziert. Das müssen wir ändern. Wasserstoff ist eine der natürlichsten Arten, den Körper im Gleichgewicht zu halten. die Homöostase aufrecht zu erhalten. Wer Bock auf die 700 Studien hat, ich habe euch den Link hier unten reingeschrieben. Molecular Hydrogen Foundation slash Studies alle 700. Ihr könnt sie euch alle reinziehen. Sehr gerne. Aber sie sind auf Englisch. Was wir gemacht haben, wir haben jetzt die ersten schon auf Deutsch übersetzt. Ich verspreche euch, ist sehr zeitintensiv, es ist sehr kostenintensiv. Aber für uns absolut notwendig. Wir werden in Deutschland keine Chance haben, Aufklärungsarbeit in der Breite zu leisten, wenn wir nicht auch die wichtigsten Studien ins Deutsch übersetzen. Deswegen haben wir das gemacht. Wir bieten schon bei uns jetzt drei, vier an. Einmal zu dem Thema natürlich, zu dieser Studie von 2007, die ein Kracher war, die haben wir ins Deutsche übersetzt. Bitte schaut es euch an, nehmt sie runter, ladet sie runter und verbreitet auch die Information. Wir haben eine Studie zum Thema Leistungsförderung, kognitive Leistungsförderung im Bereich von Parkinson auch übersetzt und eine Sportstudie, die uns beide auch verstärkt verbindet, die wir auch gerne nutzen würden, um da noch ein bisschen in die Breite zu gehen. Fragen zu dem Thema? Vorteile und Nutzen habe ich euch versprochen im Vortrag. Wir gehen sie ganz schnell durch. mitschreiben, wenn ihr wollt. Merkt euch einfach die, die für euch am coolsten sind. Also, H2 ist das kleinste Element im Periodensystem beziehungsweise H als Atom, aber auch molekularer Wasserstoff, winzig, winzig klein und deswegen kann dieses coole Zeug auch in jede Zelle vordringen, überwindet übrigens auch die Blut-Hirn-Schranke, kommt überall hin. Und am effektivsten, auch das sagt die Studienlage, ist, wenn es über Magen, Darm aufgenommen wird und sich im Körper verteilt. So wie es natürlich eben auch stattfindet. H2 wirkt als selektives Antioxidant, für euch jetzt ein alter Hut, die bösen Jungs, Hydroxylradikale, kennt ihr. Stärkstes Reduktionsmittel im Körper, Slash, Homeostase, H2 stimuliert die Grelin-Produktion im Körper. Da kann ich nochmal einen Vergleich bringen. Leptin haben wir vorhin gehört, als Hormon, das dem Körper zeigt, Achtung, alles voll, bleib cool, setz dich in deinen Stuhl und entspann dich ein bisschen. Grelin, der Gegenspieler, Achtung, Hunger, ich brauche irgendwas, leg los, geh auf die Jagd. Also, das Hungerhormon. So, warum könnte das aber interessant sein? Ich will ja eigentlich nicht dauernd Hunger haben. Wenn ich Wasserstoffwasser trinke und diese Grelin-Produktion stimuliert wird, heißt es nicht, dass ich auf einmal Heißhunger bekomme, sondern der Körper wird in die Lage gebracht, dieses Verhältnis Leptin und Grelin wieder zu regeln und gleichzeitig ist die Erzeugung von Grelin im Gehirn Nervenzellen schützend und es steigert die Leistungsfähigkeit im Gehirn. Warum haben wir das gebraucht? Wenn die Jungs früher mit ihrem Speer aus der Höhle gegangen sind und richtig Hunger hatten, was haben sie da am ehesten gebraucht? Köpfchen. Das heißt, diese Grelin-Stimulierung hebt die kognitive Leistungsfähigkeit an, weil wenn ich Hunger habe, muss ich an etwas zu essen kommen. Früher gab es keine Realmärkte oder was auch immer. Heute ist es einfach bis 22 Uhr, Tür auf, Regal rausräumen, Essen fertig. Früher brauchte man ein Köpfchen dazu, heute leider nicht mehr. Also, dieser Bereich war sehr spannend für diese Krankheitsbilder Autismus, Parkinson, Alzheimer, weil man festgestellt hat, dass genau diese Krankheitsbilder ein Grelin-Defizit haben und durch die Grelin-Stimulierung durch H2 gab es hier deutliche Verbesserungen im Gesundheitszustand. Hochspannend. Lohnt sich auch da, die Studienlage sich anzuschauen. H2 schützt vor Zellschädigung durch starke Strahlung, vielleicht hier ein Hinweis, die NASA selbst hat Studien mit wasserstoffreichem Wasser gemacht, weil die Jungs, die sie dort hochschicken ins All, einfach echt ein Problem mit Strahlung haben. Die sind noch weniger geschützt wie hier und haben oben wenig Apotheken und Krankenhäuser. Das heißt, die müssen irgendwie präventiv etwas tun, damit die Jungs vor Strahlung geschützt werden oder ihre Zellen. Sehr, sehr spannend. H2 bleibt inaktiv, wenn keine ausgleichende Funktion benötigt wird. Auch das für die Wissenschaftswelt ein Kracher, ich kann nicht überdosieren. H2 ist so intelligent, ich sage, okay, keine Baustellen, dann bleibe ich cool, mache gar nichts, produziere ein bisschen Wasser in der Zelle, alles gut. Ein Kracher. Nächstes, H2 ist für etwa 200 Molekülverbindungen im Körper Signalgeber. Bedeutet, H2 sagt, eine Biomoleküle im Körper, haben wir zu, machen wir ein bisschen mehr oder machen wir ein bisschen weniger. Das ist wie ein kleiner Dirigent im Körper, der dem Körper sagt, wie kommst du wieder am schnellsten in die Regulation. Sensation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin geflasht. H2 wirkt entzündungshemmend. Auch da gehen wir gleich nochmal so ein bisschen in die Sportstudie rein. Oxidativer Stress, die Grundlage für fast alle Probleme, gesundheitlichen Probleme, die körperlich stattfinden. Die Folge von oxidativen Stress fast immer Entzündung. Die Folge von Entzündung fast immer Krankheit. Diese Kaskade ist das Problem. Oxidativer Stress, Entzündung, Krankheit. Wasserstoff hemmt Entzündung. Wie geil ist das denn? So. H2 steigert die sportliche Leistungsfähigkeit und reduziert die Erholungszeiten nach sportlicher Betätigung. Wer macht Sport? Wer macht Spitzensport? Leistungssport? Ja. Okay, aber auch natürlich für normalen Sportbegeisterte. Habt ihr schon mal Musikkarte gehabt? Ja, hallo? Nicht so schön. So. Wenn ich weniger Muskelkarte habe, finde ich cooler. H2 fördert die kognitive Funktion, haben wir darüber gesprochen. H2 steigert die natürliche Abwehrkräfte, also stützt auch das Immunsystem. Warum? Vielleicht hier noch ein Hinweis. Wer kennt den Begriff ATP, Adenosintrifosphat? Hier die Jungs sind ganz fit hier vorne in der ersten Reihe. Du auch? Hast dich gemeldet? Was ist ATP? Kurz abgekürzt oder was macht das im Körper? All den Sieben Triebphosphat. Genau, und gibt Power. Das ist die Zellpower. Der Stoff, der in den Mytochondrien entsteht, um uns Leistung zu geben. H2 löst oxidativen Stress, reguliert den Stress in der Zelle, optimiert die ATP-Produktion. Mehr Power im Leben. Coole Sache. H2 regt den Stoffwechsel an und hilft bei Übergewicht. Auch hier geht es, H2 ist nicht der Power für den Stoffwechsel und sagt, okay, jetzt geh hoch Stoffwechsel, sondern durch diese ATP-Regulation oder durch die Steigerung der ATP-Produktion kann die Zelle wieder effizienter agieren und den Stoffwechsel auch wieder verbessern. Also indirekte Wirkung, aber sehr, sehr spannend. Deswegen fanden wir beide das auch spannend, das ergänzend zu nutzen. Also Ernährung oder Wissen über Ernährung plus Wasser sensationelle Verbindung. Etc. 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 Ich finde es richtig gut. Okay, also, ich habe versprochen, wir machen uns das Thema Sport nochmal ein bisschen, wir gucken es uns genauer an und wir haben eine der ersten Studien, die wir übersetzt haben, weil wir uns relativ früh kennengelernt haben in diesem Prozess, ist die Studie, die sich mit dem Thema Sport auseinandersetzt. Es war eine Pilotstudie aus den USA, dort wurden Fußballspieler genommen, die waren so um die 20 Jahre alt und es gab eine Crossover-Doppelblind- Studie in dem Bereich, also wirklich, also hallo, Studie, da kann ich nicht schummeln. Es gab eine Gruppe, die hat Wasserstoffwasser bekommen, eine Gruppe, die hat Placebowasser bekommen und es wurden nach hoher Belastung Laktatwerte gemessen. Laktatwerte, für euch ein alter Hut, oder? Wisst ihr, was das ist? Genau, also, Laktatwerte geben praktischen Hinweise daran, wie hoch ist die Übersäuerung im Muskel und wie stark ist die Entzündlichkeit oder das Potenzial der Entzündung. Man hat festgestellt, dass die Gruppe, die wasserstoffreiches Wasser zu sich genommen hat, bei gleicher körperlicher Belastung wie die mit dem Placebowasser eine deutlich verringerte Laktatbildung hatte. Teilweise gar nicht. Was absolut erstaunlich war. Und das ist heute sehr, sehr einfach umzusetzen. Deswegen arbeiten wir ja auch daran, Sportler, wirklich Spitzensportler auch zu finden, Gruppen von Sportlern, ob das Hockeyspieler sind, Kampfsportler, Leistungsschwimmer oder was auch immer, die sich bereit erklären, solche einfachen Studien mit uns zu machen. Wir investieren Zeit, wir investieren Geld, bringt uns aber natürlich was, weil wir eben eine Studie aus den USA schlechter vermarkten können wie eine Studie in Deutschland, die wir selber gemacht haben. Und es ist wirklich simpel, wir brauchen einen Sportmediziner, wir brauchen jemanden, der Lust hat, ein bisschen was auszuprobieren, wir stellen Anlagen zur Verfügung, die Leute können sich das tatsächlich selbst erarbeiten und profitieren davon. Win-win für alle. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerne Sport macht, Sportmediziner ist oder was auch immer, zu ihm. Er ist meine Verbindung in den Sportbereich. Und wir sind wirklich zu allen Schandtaten bereit. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich zurückgemacht? Klar. Zack, 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 zack. Das war's, ihr habt's geschafft. Applaus Aufenth want? Genau. Oh, Dinaします. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, Oh,